P.A.R.V.I.S. 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule. Wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Oh, so, mein Fettmann. Was war Ihnen, wie viel? Die Buhren, was? Machen wir noch Traschen? Ja, ja. Das war das erste Mal, dass ich was mit jemandem wie dir hatte. Ja, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Ausländer. Arabi? Na, iraniasta. Mein Jazijadim. Was erschritet mir? Na? Das war's. Du hast mir leid. Da, ich habe mich nicht so auf die Sache. Ich habe mich nicht so auf die Sache gegeben. Er ist meine Schrift, die ich nachgese? Ja? Das ist ein Schiff. Ja, ich habe mich nicht so auf die Sache. Ich sehe dich. Bis zum nächsten Mal.